Wenn wir emotional essen, dann geht es ja nicht um das Essen an sich. Wenn wir satt sind, braucht unser Körper ja keine Nahrung mehr. Also ist ja die wichtige Frage, wonach hungert es uns denn eigentlich dann? Wonach habe ich Hunger? Wofür brauche ich die Essenspille, die ich vielleicht jeden Tag entweder am Abend regelmäßig nehme oder vielleicht schon im Laufe des Tages regelmäßig nehme? Wofür nutze ich diese Essenspille? Brauche ich Kraft? Nutze ich sie für Kraft? Nutze ich sie für Trost? Nutze ich sie für Sinnlichkeit? Nutze ich sie, um meine Verzweiflung nicht zu fühlen, also ein Abdämpfen oder meine Einsamkeit vielleicht nicht zu fühlen oder den Druck generell nicht zu fühlen? Wofür nutze ich diese Essenspille? Und es reicht nicht aus, die Dinge zu wissen. Denn das Mentale daran, das Beobachten, aha, ich nutze das da und dafür, ist wirklich nur der erste Schritt. Es geht darum, in Kontakt zu kommen mit den Persönlichkeitsseiten von uns, die emotional in uns hungrig sind. Ich könnte auch sagen, die in unserer Biografie hungrig zurückgeblieben sind. Denn es stellt sich ja die Frage, wie kommt es, dass ich mir diese bestimmten Qualitäten, die ich mir über das Essen geben möchte, eben Kraft, Trost, Sinnlichkeit und so weiter? Wie kommt es, dass ich mir das nicht direkt geben kann, sondern den Umweg über das Essen laufen muss? Was ist in meiner Lebensgeschichte geschehen, dass ich es mir nicht direkt geben kann? Und was ist geschehen, dass ich an diesem Punkt eine emotionale Unterversorgung habe? Denn offensichtlich brauche ich diese Gefühlsqualitäten sehr dringend, sonst würde ich ja nicht immer wieder zur Essenspille greifen. Offensichtlich brauche ich den Trost im Laufe meines Alltages oder die Kraft oder Entspannung. Also wenn ich das so dringend brauche, warum der Umweg über das Essen? Und wenn wir beginnen, das zu erforschen, dann kommen wir auf biografische Bühnen, wo wir merken, da sind wir hungrig geblieben. Und wir können uns, und das ist eben eine ganz wichtige Ausrichtung bei Sehnsucht und Hunger, wir können uns als erwachsene Person nachnähren. Wir haben die Möglichkeit, uns emotional nachzunähren. Aber dafür müssten wir erstmal stehen bleiben und tatsächlich in ein Spüren kommen. Das Erkennen der Dinge reicht nicht.